Wenn man gerne hier arbeiten möchte, ist es eine gute Entscheidung. Hier läuft es wirklich jeden Tag immer etwas, vor allem im Sommer ist es eine Saisonstelle, wo wirklich toll viele Leute kommen von Tessin, von Bern, von überall und es macht einfach sehr viel Spass, mit diesen Leuten zu arbeiten. Wir haben natürlich auch schöne Events, unter anderem in Basel immer die Art of Basel, die einwöchige Kunstmesse. Dort tun wir natürlich als Zürcher auch mit unterstützen, tatkräftig, aber genauso im Souffrette, in St. Moritz zum Beispiel, auch wenn die dort ihre Wintersaison kräftig angehen lassen, dann sind natürlich auch Mitarbeiter von uns dort gern gesehen. Ich sehe mich hier weiterzuentwickeln. Ich schätze das sehr, wenn dein Arbeitgeber dich unterstützt und wenn dein Arbeitgeber sogar Potenzial an dich sieht, dass du dich weiterentwickeln kannst, dann finde ich das toll. Und das tut Kandria für uns alles. Was mich hier hält, ist natürlich jeden Tag der Teamspirit von Seiten natürlich der Mitarbeiter wie auch den Vorgesetzten, wo wir immer tatkräftige Unterstützung bekommen. Das Team ist hier sehr jung und sehr freundlich. Das ist uns auch sehr wichtig. Die Leute, die wir hier anstellen, müssen eigentlich mit uns kommunizieren, auch können sagen, was mit den Gefühlen ist und wirklich ein sehr tolles Team finde ich. Wir können es auch selber auswählen und ja, wir suchen auch junge und motivierte Leute. Wir freuen uns auf neue Mitarbeiter und unsere Team zu verstärken. Welcome to Clouds. Life has never been so high. 鈴 hat sword Vielen Dank.